Aha, vor 6 Stunden hat jemand meine Big Mac Rolle nachgemacht, meine Low Carb, also das ist ja nicht meine, das ist ja, jeder hat, jeder hat, ja, aber den Ehre sieht halt einfach geiler aus, ne? Hier, Osock, Osock hat Vito hochgeladen, ne? Ja, das gucken wir uns jetzt zusammen an. Der Osock hat nämlich meine Rolle nachgekocht, ich wollte mir das die ganze Zeit angucken, aber ich hab gesagt, ich mach's nicht, weil ich hab ja gesagt, ich werd's mir im Stream angucken, ähm, äh, der Osock hat nämlich meine Rolle nachgekocht. Hallo Gio, hallo an alle, ja, hallo an alle, guten Metal, ja? So, dann gucken wir uns das ganze Spektakel mal an. Wir sollten daraus so einen Wettbewerb machen. Ja. Warte mal, sieht ich nicht, also, ne? Das bin ich, also das, das bin ich in der Vergangenheit. Und dann laden alle Leute Videos hoch. Das war ich. Also ich, in der Vergangenheit. Mh, danke. Ja, das ist geil. Ja. Und, äh, das ist der Vergangenheitsexe, Alter. Ja, aber ihr müsst euch das auch teilen. Ah, Stoffi, vielen Dank für dein Tier 2, hab, Alter. Frau, ja, und dann müsst ihr das zusammen essen. Geil. Jo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei Osock und Mega S zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal, denn heute drehen wir eine neue Challenge. Ach, alles gut, Allah. Excel 95 ist back in town auf YouTube und er hat auch schon Leute rausgefordert für die Excel-Rolle. Das ist ein Gericht, was er im Livestream gekocht hat und er hat gesagt, er sieht aus wie so ein Fernsehkoch von früher. Ja, so, hallo, ja, willkommen bei, äh, wie hieß denn, wie hieß denn die Serie? Koch, kochen mit Lava, ne, oder weiß ich nicht. Ja, er sieht aus wie so ein Fernsehkoch. Die hatten auch immer diese Mikrofone, ja, also ich weiß nicht, viele von euch werden das wahrscheinlich nicht mehr kennen. Ja, das ist auch schon wieder so 15 bis 20 Jahre her. Ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so aussieht. Mittlerweile ist ja alles ganz klein wie mein B****, also auch kleine Mikrofone und sowas, ne. Aber früher sah das so aus, ne. Die hatten immer so, die hatten immer dieses Headset auf, auch, auch bei diesen Quelle-Verkaufssendungen, wisst ihr, wo man im Fernsehen Sachen bestellen konnte. Das macht auch kein Mensch mehr, ja. Oder Astro-TV oder sowas, ja. Die hatten früher, hatten die solche Sachen auf, ne, solche, solche Headshots. Jetzt nicht so große, mit Ohrmuscheln, ne, aber, ja, sowas hatten die damals auf, ja. Äh, genau, Teleshop, ja. So, Leute, heute kochen wir was, ja, wir wissen, erstmal hier unseren, äh, unseren Lachs vorbereiten, den habe ich heute Morgen frisch geangelt, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, äh, wild. Ich habe gesagt, ey, Leute, wir machen daraus einen Contest, habt ihr vielleicht jetzt auch an dem Einspieler am Anfang gesehen, kocht das nach, esst das und ich reagiere da drauf und, ja, was sage ich dazu, ich lasse mich nicht ohrlumpen und werde natürlich noch dieses Gericht nachkochen. Ich habe alles besorgt für die klassische Excel-Rolle. Das gesamte Rezept werde ich euch natürlich nebenbei einfach einblenden, dass ihr wisst, was genau da reinkommt und ich werde das hier bei mir auf dem Tisch zubereiten mit der Kamera gleich, dass ihr alle Produkte sehen könnt und deshalb wünsche ich euch bei diesem Video ganz viel Spaß. So, Leute, hier seht ihr die Zutaten. Oh, das ist guter Sucuk, ja. Das ist guter Sucuk. Das ist richtig guter Sucuk. Ja, das ist nicht so ein, hier dieses Pseudo-Sucuk, das, was die Allmanns machen, ne. Die Allmanns, die machen, die schreiben Sucuk auf die Packung, ja, und denken dann, boah, guck mal, wir haben Sucuk gemacht, ja, wir sind Allmanns. Also diese, diese dünnen Würste, weißt du, im Supermarkt hier, das, was die Deutschen halt machen, so, ne. Die sagen, ja, geil, Sucuk, ne, ist ja Knoblauchwurst, machen einfach, ne, der Michel in der Metzgerei macht einfach Wurst und dann machen wir ein bisschen Knoblauch rein. Ja, aber Sucuk ist eine Kunst. Ja, original Sucuk vom Türken, Alter, so muss das sein. Ich mag das auch nicht, dieses 50-Cent-Fladenbrot, Alter. Ne, auf jeden Fall, ich hasse auch das, du gehst in Edeka und dann steht da in der Brotabteilung, ja, richtig geiles Ladenbrot von der Firma Öztürk und Süleman, ja, guckst hinten drauf, wurde das von irgendeinem, von irgendeinem, äh, Michael in, 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 äh, Bad Solingen gemacht, ne, so, gefühlt, ja. So richtiges Ladenbrot vom Türken, ne, vom türkischen Laden. Ja, auf jeden Fall Fladenbrot, Junge, das muss ordentlich gemacht werden, ne, das muss, äh, na, da, da muss jemand, äh, dran stehen, ja, der das auch kann, so, der das, äh, so ganz traditionell macht, ne, wie früher, ja. Natürlich darf das auch ein Deutscher machen, ja, aber dann nur so, wie es eigentlich original gemacht wird. Ne, wisst ihr, so, dass ordentlich, äh, dass das halt gemacht ist, also halt ordentlich, ja, wie die das halt einfach früher gemacht haben. Für die Excel-Rolle. Excel 95 hat in seinem Livestream, das Video verlinke ich euch natürlich, auf Trovo und YouTube gezeigt, wie man dieses formidable Produkt macht, also Meisterbäcker 95 hat zugeschlagen. Ja. Als allererstes haben wir hier so ein Fertigpizzateig, äh, den muss ich mal aufschneiden, kann ich mal ein Messer kriegen, bitte? Äh, darf ich ganz kurz noch was zum Thema Pizzateig in Plastiktüten sagen, ja, weil ich das gerade sehe. Ja, also einmal hatte ich, äh, auch so ein Pizzateig, äh, in, in dem, äh, ja, du kannst jetzt nicht auf den Tisch gehen, Junge. Ja, also du kannst schon, ganz ehrlich, mir ist das egal. Ja, mach, mach, was du willst, so, ich, mich juckt das nicht. Geh halt auf den Tisch. Ich hatte auch mal, äh, oh, ich hatte auch mal so einen Teig, ja, in so einer Plastiktüte, und die haben ja an der Packung meistens so ein Ventil, ja, äh, wo quasi, ähm, damit das, weil das gärt ja auch, versteht ihr? Das, das gärt ja auch, ja. Und, äh, ich hatte einmal Pizzateig in so einer Tüte, da war von der Feuchtigkeit Schimmel dran. Der ganze Teig war voll mit Schimmel. Ja, da war richtig ekelhaft Schimmel und Haare drauf. Und seitdem esse ich kein, oder hole ich keinen Teig mehr, der in Plastiktüten kommt, sondern nur noch den Teig, der in diesen Knackback, ne, wo die, wo so eine Dose und du knackst sie so auf und dann kommt das raus aus dieser Dose, ne. Ja, und seitdem nur noch das nicht mehr, äh, aus Plastiktüten, weil ich das richtig ekelhaft fand, ja, weil das hat anscheinend hat diese, ähm, hat, konnte das nicht richtig durch dieses Ventil Luft ziehen, weil das lag ganz unten in der Packung. Und, ähm, ja, dann hat die Feuchtigkeit darin Schimmel gemacht. Ja, und das war nicht schön. Ja, guck mal, war mal weiter. Der Pizzateig ist befreit, wir rollen das Ganze hier auf dem, ja, Papier aus und ich hoffe, dass ich es so hinkriege, dass nicht alle kleben bleibt und kaputt geht, denn wir wollen ja die Pizzarolle befüllen. Das ist jetzt ein klassischer American Teig. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, welchen Teig Äxte genommen hat, aber es war einfach so ein Fertigpizzateig, kann das auch von gut und günstig gewesen sein, weißt du das? Rewe war das glaube ich, hat jemand gesagt. Genau, von Rewe, der Fertigpizzateig, ich habe es den hier von EDK-Taufland. Nach dieser Pizzateig jetzt ausgebreitet, hat Excel auf seine Pizzarolle Zwiebel... Da, Stefan, vielen Dank für deine Rottes, Alter. Die Pizzarolle ist fertig, meine Freunde, und wir holen sie jetzt mal raus. Oha, oha, sieht das gut aus. Oh, das ist extrem heiß. Schaut euch diese phänomenale Pizzarolle-Orden. Und das ist dann, guck mal, das ist der Grund, warum ich Cheddar so liebe. Weil der so ein bisschen an, äh, äh, ne, der macht so Bläschen und dann wird der richtig schön kross. Und, und das mag ich so sehr. Ja, also, äh, ach, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Nicht lecker und geil ist, dann weiß ich auch nicht. Excel, ganz, ganz geiles Rezept. Ja, natürlich. Ja, Leute, es bleibt der Moment der Wahrheit. Wir werden jetzt diese leckere Excel-Pizzarolle anschneiden. Und es hat eben schon im Ofen so geduftet. Oh, dieser Käse und Soocopo. Wir schneiden das Ganze raus. Hört ihr das Granschen? Hallo Michael. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das für euch hinkriege. Das Rezept ist nicht vegan. Oh! wenn das nicht käse und maximaler geschmack ist dann weiß ich auch wir werden das ganze jetzt natürlich auch hier und deshalb wünsche ich euch guten appetit ich bin auf jeden fall ganz ehrlich du hast echt glück ja dass du das so dass du deine frau geheiratet hast was hat ich die geheiratet tobi ganz herzlichen dank für diese und guten appetit hat die zwiebeln das sollte man nachmachen das schmeckt fantastisch wenn der dickste youtuber deutschland sagt dass das schmeckt dann hat er recht kann man sich wirklich nicht jeden abend können aber kann man sich auf jeden fall mal die drei käse rolle wenn man nicht auf die kalorien achtet das schmeckt extrem stark pizza teig mit so viel käse ja ja doch jetzt mal ein wagen aber auch wir sind ja das schauen wir wahrscheinlich nicht in einem abend aber wenn man weiß euch gefallen hat leute würde ich mich wahnsinnig freuen wenn ihr mal jetzt meinen kanal abonniert die verlinkung zum original video von excel 95 auf trobo findet in der video beschreibung da seht ihr auch noch mal aus dem live stream wie er es genau gemacht hat und wir haben angekündigt hat ich freue mich wahnsinnig dass ich daran teilnehmen konnte ich hoffe ihr hattet auch spaß und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten video wieder stay real bis dann euer Osser, Ciao! das ist ja auch super rezept also das ist top ja das ist echt das ist ein top video und ein top rezept herrs doch das ist doch Bis zum nächsten Mal.